OBS Studio hat ein neues Update, 27.1 ist aktuell in der Beta, ihr könnt es also runterladen und austesten. Neben einer YouTube-Integration gibt es auch einige coole Änderungen für Stinger Transitions. Ich zeige euch in diesem Video, was ihr beachten müsst und was die wichtigsten Erneuerungen sind. Die erste Sache, die auf jeden Fall sehr geil ist, vor allem für YouTube-Streamer ist, es gibt eine YouTube-Integration für OBS. Das bedeutet, was ihr jetzt machen könnt, ist, ihr könnt hier auf Einstellungen gehen, könnt dann unter Stream euer Konto verbinden. Schon poppt euer YouTube-Chat hier auf, wie ihr das sehen könnt. Du hast jetzt nicht nur den Chat hier, sondern was du auch machen kannst, ist, wenn du jetzt auf Streaming, Start Streaming gehst, kommt jetzt hier diese Frage, die man auch, wenn man auf YouTube live gehen möchte, automatisch bekommt. Entweder man erstellt ein neues Event. Was du natürlich auch noch machen kannst, ist, dass du das Ganze, ein Event, was es da gibt, hier einfach benutzt. Das heißt, du kannst das dann auswählen und dann in diesem Event live gehen. Mega coole Option, das heißt, du musst nicht immer in YouTube reingehen und das Ganze machen, sondern du kannst direkt aus OBS live gehen. Was das auch bedeutet, ist, dass YouTube und OBS zusammen sich irgendwie verbinden, beziehungsweise auch Developer von YouTube jetzt mit OBS zusammenarbeiten, um dieses ganze Live-Streaming-Experience so ein bisschen zu verbessern. Ich bin gespannt, was das für die Zukunft bedeuten wird, weil wir wissen ja nicht, was jetzt in der Zukunft ist. Wird es Twitch? Wird es YouTube? Ich glaube, diese Frage ist sowieso ein bisschen offen. Dazu werde ich auch in der Zukunft nochmal ein Video machen. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal was, wo man sieht, okay, es scheint, dass YouTube jetzt langsam Live-Stream etwas mehr priorisiert. Was es auch noch gibt, ist eine 18-Szenen-Multi-View. Das ist der nächste Teil, der hier auch noch aufgekommen ist. Das bedeutet einfach nur, wir haben hier eine Multi-View im Fenstermodus. Und die kann jetzt bis zu 18 verschiedene Views haben. Ich glaube nicht, dass das für Live-Streamer so interessant ist. Noch eine sehr, sehr coole Erneuerung, freue ich mich auch sehr drauf, sind die Mask-Only-Stinger-Matte-Transitions. Was es bis jetzt ja gab oder wie es momentan funktioniert, also eine Stinger-Transition ist aktuell, du hast eine Szene A und eine Szene B. Da bist in Szene A, spielst dann die Stinger-Transition. Die bedeckt irgendwann den kompletten Bildschirm und dann wird im Hintergrund von Szene A auf Szene B gewechselt. So funktioniert das aktuell. Im letzten Update in 27.0 kamen die sogenannten Track-Mads hinzu. Das bedeutet, du konntest gleichzeitig beide Szenen sehen. Das bedeutet, du konntest zum Beispiel andere Transitions machen, dass du Bildschirm Szene A und Szene B gleichzeitig siehst. Da gab es ein paar Einstellungen, die du dann in der Motion-Design-Software, die du benutzt, machen musstest, um das Ganze einzustellen. Was jetzt diese Mask-Only-Transition bedeutet, ist, dass du eine Maske, die du in einer Szene drin hast, benutzen kannst. Das heißt zum Beispiel, ein Objekt kommt reingeflogen. Und diese Maske kann jetzt getrackt werden oder beziehungsweise benutzt werden, um diese Szenenübergänge zu machen. Das ist auch schon mal eine sehr coole Erneuerung und wieder einmal eine sehr, sehr geile Sache, gerade für Leute, die coole Stinger-Transitions machen wollen. Jetzt kommt noch ein Feature, was auch sehr interessant ist. Und zwar, wenn ihr jetzt hier eine Browser-Source habt, gibt es hier unten jetzt eine neue Funktion. Und diese Funktion bedeutet, dass die Browser-Source kann jetzt euer OBS kontrollieren. Das wird, glaube ich, jetzt erst in der Zukunft interessanter. Das war vorher noch nicht der Fall, weil natürlich keiner wollte, dass irgendwie dein Stream manipuliert werden kann von irgendeiner externen Software. Ich weiß nicht, was damit passiert, aber es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache, glaube ich, dass auch externe Tools auf OBS zugreifen und dadurch natürlich auch bestimmt irgendwelche sehr coolen Features oder auch Plugins für OBS kommen werden, die das sehr, sehr geil benutzen werden. Falls du als nächstes wissen willst, wie du am besten deinen OBS einstellst mit Alerts und Szenen und diese ganzen Sachen, schau dir am besten dieses Video an. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.